Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich meine ja, wir spielen immer noch Unravel. Und das letzte Mal haben wir uns von der sechsten Welt, glaube ich, dass das ein Talisman zurückgeholt von diesem verdammten Raben, der uns das gestohlen hat. Und, ja, jetzt sehen wir mal, wo die Reise jetzt hingeht. Also ihr kennt das, viel Spaß und wir sehen uns am Ende des Videos. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, vor der sechsten Welt. Ja, ich hoffe, euch geht es gut und bringt es irgendwie zustande, dass euch nicht die Decke auf den Kopf fällt. Okay, hier waren wir auch sch... Ich... Oh. Aha, okay, wahrscheinlich. Hä? Ah, hier. Was haben wir denn hier? Der Brief. Okay. 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 So was wie... Ah, es ist ein... Es ist her... Ist es im Winter? Ja. Und wie ich glaube ich schon letztens gesagt habe, ich werde diese Videos vorproduzieren. Weil ich nicht wirklich viel Zeit habe, eben wegen Arbeit und hin und her. Und jetzt, wo es Gott sei Dank wärmer wird, kann ich endlich auch was im Garten machen. Also zumindest vorbereiten für diesen Tast. Das heißt, die ganzen Gewürze und Obst und Gemüse anpflanzen. Obst nicht, nur Gemüse und die... 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 Hier doch. Äh... Hä? Die ganzen Gewürze und was hast du... Was hast du? Ich... Ich kenn das ja. Ah, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich glaube ich. Hier komme ich so auch drauf. Hä? Ach egal. Das geht mir zwischendurch. Ich... Das geht mir nicht. Ich glaube das... Da geht es sich doch aus. Ja, ich muss mit dem Controller weiter runtergehen. Jetzt hört irgendwie dieses klacks, 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 klacks. Okay, das wird jetzt so nichts. Was haben wir denn da? Oh, was? Aha. Schwein, du. Ich sehe wieder sein Pfe... Verdammte. Ah, hier sind doch schon noch mehr, natürlich. Geht weg. Okay, jetzt werde ich einfach mal zu Rabenfutter. Schneller, schneller. Rollen, rollen, rollen. Rollen, rollen, rollen. Oh, rollen, 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 rollen. Und da kann er mehr. Rollen, rollen, rollen. Das war Asch. Haha. Eins, zwei. Nach oben? Okay, geht es doch nicht. Ach, verdammt. Egal. Hier muss ich das wahrscheinlich wieder nach oben ziehen. Rollen, rollen, rollen. Ich habe jetzt angefangen, mir mehr über den zweiten Weltkrieg anzusehen. Okay. Äh. Äh. Vorsicht. Und ich muss sagen, dieses Thema ist wirklich... Ich hatte das schon vorher interessiert. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Videos gefunden, wo es... ein paar Mal nicht zu tun hat. Und ich habe jetzt noch einen Teil für den zweiten Weltkrieg in den letzten Jahren. Ich habe ja auch einen Teil für den zweiten Weltkrieg in den letzten Jahren. Ein Wiglisch interessantes. Hier gibt es natürlich nichts. Hm. Aber für was? Das ist doch nicht einfach so gedacht, oder? Wo ist das? Auwe. Naar für meine. Nein, 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 nein. Ah, doch. Hm. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht. Hm. Soll ich mich nochmal meditieren? Hm. Okay, ja. So weit sind wir ja schon. Das und das. Hier, dass ich... Ach, das... Bin ich jetzt so... Hm. Na ja, egal. Hm. 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 Irgendwie. Ah, da waren wir ja schon. Ganz drauf. Okay. 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 Ich müsste irgendwie... hier oben... hier müsste ich irgendwie aber liegen. Das. Das. Da komme ich ja nur... dorthin. Nun können wir es... bewegen kann ich das Ding auch nicht. Hm. 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 Aua. Aua. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist aber jetzt... Guck ich da jetzt noch mal drauf? Wahrscheinlich nicht, oder? Es sind wie erst 13 Minuten. Ich probiere es noch einmal. Wohl ich jetzt eigentlich... ...wohl ich jetzt eigentlich... ...wohl ich jetzt eigentlich... ...wohl ich jetzt eigentlich... Aber ich glaube so geht es, ich glaube so geht es, ich glaube so geht es so, oder, ich muss, das wird ja auch nicht, oder, würde ja nicht funktionieren. Nein, nein, nein. So, das muss ich ja keine Strafe. So. 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 Verdammt. Verdammte Köcke. Alter, das ist doch... Hör auf dich festzuhalten. Hör auf dich festzuhalten. Was? F*** dich doch. Komm schon. Hör auf da. Hör auf. Okay, schon langsam werde ich ein bisschen... Hör auf dich festzuhalten. Hör auf dir doch! Möchte Motoren Place. Bist du wirst? Egal. Ganz wahrscheinlich. Vielleicht komme ich auch hier nicht hin, ist mir auch egal. Ich mache das alles irgendwann anders. So, was gibt es denn hier alles? Kann ich das irgendwie ziehen? No, okay. 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 Okay, nicht hin. Okay. 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 Ich glaube, das brauchen wir sicher. Sehr gut. Aha, das wäre jetzt nur für die böse Dose, dass ich das Geheimnis holen kann. Was hätte ich mir irgendwie denken können? Blöd. Oh, hey, no. Oh, hey, no. Was ist der Boden? Okay, sehr gut. Hm, was für ein Zufall, dass es genau durchfasst. Oh, was für ein Zufall? Aber YouTubes. Ich trottel. Ich kann mich ja raufziehen. Oh, cool. Okay. So, und jetzt. Bist? Jaa! Jesus! Tieren! Süer! 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 Bingo! Ok, wissen wir bestimmt irgendwelche Krähen oder Raben? Ah da hinten, ja sicher, Mistviecher. Oh, falsch, ja. Ok, das war unbeabsichtigt. Aha, und jetzt? Aha, ok, der bleibt oben. Hä? Ach so. Aha, gar nicht so blöd. Ok, mit dem hätte ich es nicht gerechnet. Aber ich hätte auch Sinn. Stehen bleiben, wenn sicher Tanken, Creme und Raben kommen. Wer weiß, halt zu blöd sieht die Viecher ja nicht. Die wissen, wie man eine Nuss aufbekommt. Wie, wie? Wie ist das, wie wir hier? Wie ist die Vier? Wie, wie wir hier? Kann ich hier, eben hier rauf? Okay, es war ein Versuch, wer, aber jetzt wissen wir, ah fuck, auf dieses Gerämbis. Ist doch schon jau. Ich hab keine Ahnung, wo wir dieses Rad brauchen. Hier nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. 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 Ich hab keine Ahnung, 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 ich hab keine Ahnung. Bis dahin. Macht's gut, einen schönen Tag. Und I'll see you in the next video. Dann anderen. We'll see you next time.